Wir waren jetzt sehr lange hier und es ist Zeit, dass wir eine Aufenthaltsgenehmigung kriegen und dass wir auch das Recht kriegen zu arbeiten und dass wir die Situation verändern. Das Problem ist, dass wir den Aufenthaltsgenehmig geben können. Das Problem ist, dass wir als District Mayor nicht geben können, dass wir auch wenn wir es gerne machen wollen. Wir haben die Aufenthaltsgenehmigung, dass wir die Regierung für die Aufenthaltsgenehmigung haben. Wir haben die Aufenthaltsgenehmigung, die die Aufenthaltsgenehmigung in der Regierung haben, die Veränderungen in unserer Leben, die Veränderungen, die wir haben. Wir brauchen die, die kommen. Als Mayor hier, die Polizei ist immer hier. Lass sie kommen und sprechen mit uns. Lass uns kommen und sagen, nein oder ja. Wir wollen die kommen. Wir sind nicht mehr aufenthaltsgenehmig. Und wir sind auf der Seite. Woher erwarten Sie mich, zu gehen? Besonders der Mayor. Jetzt. Sie sagen, wir werden die Stadt verlassen. Wir gehen zu deinem Haus. Also er sagt, vielen Dank. Wir wissen ihre Position sehr zu schätzen. Auch gegenüber den Flüchtlingen und dem Protest. Aber wir wollen, dass es mehr reagiert wird. Auch von Seiten der Verantwortlichen, die verantwortlich sind für unsere Situation. Und wir wissen, wenn wir hier Protest machen, es kommt die Polizei, es kommen sie. Und das wissen wir zu schätzen. Aber wir wollen auch mit den Verantwortlichen reden. Und wir haben keine Angst mehr. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Und wir wollen endlich eine Entscheidung von den Verantwortlichen für unsere Situation, wie wir das verändern können. Wir wollen wissen, wir sind jetzt 9 Monate hier. Was ist der Plan in unserer Zukunft? Was ist der Plan? Was wollen wir uns? Wir wollen von ihnen hören. Was ist der Plan für die Menschen? Was ist unsere Offenheit? Vielleicht haben wir eine Offenheit. Wir wollen wissen. Was ist unser Gefühl, wenn wir so sein Leben? Wir wollen wissen. Wenn sie es lassen lassen, können wir uns sagen. Wir wollen endlich wissen. Wir sind über fast 9 Monate hier. Und wir wollen endlich wissen. Was ist Ihr Vorgehen mit uns? Und was haben wir falsch gemacht? Was haben wir? Was ist unsere Beleidigung gegenüber? Was ist das, was wir falsch gemacht haben? Was denken Sie? 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 Nein. Was denken Sie? Nein. Also außerdem. Wenn die Leute kommen... Okay, dann πього haben wir zu kommen. Wir wollen uns nicht nachher gehen. Wir wollen uns nicht nachher gehen. Wir wollen keine Öleidigung. Wir wollen uns übernehmen. Wir wollen nicht nachher gehen. Wir wollen nicht nachher gehen, wo zu kommen. Wir wollen uns übernehmen. Entschuldige. Okay, jetzt. Wenn es ihr gesagt hat, wo zu gehen. Dann fragt mich nachher. Ich weiß nicht, wo zu gehen. Ich weiß nicht, wer zu gehen. Wenn wir die Straße jetzt verlassen sollen, wo sollen wir dann hingehen? Das ist die Frage. Wir sind auf der Straße, die Straße ist immer auf der Festfahrt. Und wo sollen wir hin? Wir haben nichts. Zum Beispiel dorthin, wo die Ausländerbehörde ist, dorthin, wo der Kindelsinatung ist, dort, wo der Bundesinnenminister ist, dort, wo die Bundesregierung ist. Flüchtlingsrecht ist Bundesrecht. Und wenn sich die Flüchtlinge dort nicht zeigen, dann werden sie hier übersehen werden. Und hier oben, sie freut sich darüber, dass sie hier übersehen werden. Deswegen sollten sie ihre Kräfte bündeln und dorthin gehen, wo wirklich Veränderungen gemacht werden können. Denn diese sind die Pläste, wo der Flüchtlinge und Migration Politik ist. Und hier ist es, wie die Menschen von Abt, die sind auch glücklich, dass sie einfach nur ignorieren können, wenn es hier passiert. Und hier sind wir. Wir sind seitdem live. Niemals dieressoher anstehen. Wir werden nicht mehr aufstehen. Sie werden uns in einer anderen Weise gehen. Wir sind aufstehen. Wir sind nicht weg. Wir schauen uns nach Hause an. Wir fahren und wir gehen. In dieser elaboration wird. Wir wollen wir aufstehen, wir sind aufstehen. Wir sind aufstehen. Nachher von ihr gehen zu ihr zuhause, es ist zu sein. Wenn dieser Mann zum Service geht, dann geht es um ihn. Ja, wo willst du uns gehen? Und wir haben keine andere Möglichkeit, als hier auf der Straße weiterzumachen. Die Straße ist unser Zuhause. Und wir können überall hingehen, wir können auf jeder Straße besetzen. Und wir können morgen bei ihrem Büro sitzen, aber auch bei anderen. Und das ist der Platz, wo wir sind, auf der Straße. Und da werden wir weitergehen. Die Straße ist unser Zuhause. 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 Wir haben europäische Dokumente. Aber Sie haben uns unser Zuhause zu arbeiten. Das ist unser Zuhause. 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 Sie wollen uns zu töten. 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 Ich habe nicht zu töten. Für zwei Jahre. Warum? Was erwartet ihr von uns? Was erwartet ihr? Ich will mich nicht zu bleiben. Ich will nicht zu bleiben. Ich will nicht zu töten. Gib mir was zu tun. Es ist okay. Es ist genug. Genug ist genug. Ich bin seit zwei Jahren auf der Straße. Und was wollt ihr? Wollt ihr, dass wir Kriminelle werden? Weil ihr stellt uns als Kriminelle dar. Und wir haben auch nichts. Wenn wir nichts haben, dann müssen wir Kriminelle werden. Weil wir gar keine Andromatik hätten. Ich will etwas sagen. Er hat uns gesagt, er ist ein Teil der Regierung. Wenn ihr wirklich eine Lösung wollen, dann bekommt er eine Lösung in einem Tag. In einem Bewegung. Er sagt, Sie haben gesagt, wir sollen zu dem Büro gehen. Zu anderen Büros. Aber sie sind auch Teil der Regierung. Und wenn sie wirklich wollen, dann können sie innerhalb von einem Tag eine Lösung finden. Und sie sind nicht Teil der Regierung. Er sagt, er ist kein Teil der Regierung. Aber es ist auch eine Lösung. Die Dinge, die uns liefern, sind die Städte hier her. Und sie müssen essen. Und ihr müsst das nicht machen. Wir haben keine Städte hier. Wir haben nichts mit ihnen. Wir haben keine Städte hier. Wir haben nicht das Recht, zu sein wie sie. die hier drum herum leben. Und es wirkt so, als wenn Leute darüber froh sind, dass einige von uns hier auf diesem Ort verrückt werden. Vielleicht um das nochmal deutlich zu machen. Hier für diesen Park, wo das Protestcamp ist, sind wir zuständig. Und weil wir gesagt haben, Ihre politischen Forderungen sind richtig, haben wir gesagt, können Sie hier kämpfen. Um es zu machen, kann jemand eine französische Translation machen? Francais? Ja, ja. Französisch. Französisch. Und er hat gesagt, um es zu machen, 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 um es zu machen. Ich bin zuständig. Und das District hat es auch möglich, dass die Flüchtlinge hier hier zu protestieren können, weil das District in favor of the demands. Aber zum Beispiel das Thema Aufenthaltstitel, dass sie in Aufenthalt verkaufen, in Sicherheit sind. Darüber können mir und ich nicht entscheiden. Aber zum Beispiel, die Frage des Residenz-Permits, er und der District-Government können nicht entscheiden. Wer wird das Problem entscheiden? Er ist der Mayor des Districts. Er kann nicht entscheiden. Der Residenz-Permit kann nicht entscheiden.